Deutschland ist mal wieder voll im Fußballfieber. Ich gebe zu, ich auch ein bisschen. Und natürlich geht es beim Fußball schon lange nicht mehr nur um Sport, sondern auch ums Geldverdienen. Die Fußballbranche, die ist mittlerweile ein echtes Milliardengeschäft. Die gute Nachricht, daran kannst auch du teilhaben und dafür musst du kein Fußballprofi werden, sondern viel einfacher Fußballaktien kaufen. Ich stelle dir in diesem Video mal ein paar interessante Wertpapiere vor, mit denen du ins Fußballgeschäft investieren kannst. Später im Video habe ich auch noch einen ziemlich heißen Aktientipp, auf den viele bei dem Thema vielleicht gar nicht kommen würden. Also bleibt dran, es lohnt sich. Und damit herzlich willkommen, ich bin Felix von Finanzenert Ratgeber. Das Erste, was den meisten bei Fußballaktien natürlich in den Sinn kommt, sind, klar, Fußballclubs. Gerade die großen Vereine sind mittlerweile echte Großunternehmen und ein paar davon sogar an der Börse notiert. Der erste Club, den wir uns anschauen, ist der englische Spitzenverein Manchester United. Die Saison, die lief für Man U, sagen wir mal, aus sportlicher Sicht nicht optimal. Nur Platz 8 in der Liga und in der Champions League schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Entsprechend ist der Kurs der Manchester United Aktie in den vergangenen zwölf Monaten kräftig gesunken. Womöglich könnte das aber auch ein günstiger Einstiegszeitpunkt für dich als Anlegerin oder Sparer sein. Für die zweite Fußballaktie schauen wir nach Deutschland, genauer gesagt nach Dortmund. Der BVB hat es in der vergangenen Saison bis ins Champions League Finale geschafft, hat dort aber gegen Real Madrid verloren. Direkt danach ging es für die BVB-Aktie heftig nach unten. Dank Platz 5 in der Bundesliga spielt Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison im internationalen Geschäft mit. Auch hier gilt also, der aktuell niedrige Kurs könnte sich möglicherweise gut zum Investieren eignen. Jetzt besteht das Fußballbusiness natürlich nicht nur aus den Vereinen selbst. Wir schauen uns jetzt mal die Aktien von zwei Sportartikelherstellern an. Nike und Adidas versorgen unzählige Spitzenvereine mit Schuhen, Trikots und so weiter. Zudem verdienen diese Konzerne natürlich mit Fanartikeln riesige Summen. Nike ist der Branchenmarktführer mit dem höchsten Umsatz und Gewinn weltweit. Der Konzern, der zeigt seit Jahren eine extrem hohe mediale Präsenz durch ikonische Werbekampagnen. Allerdings hatte Nike in letzter Zeit auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Unter anderem gab es Lieferkettenprobleme und einen unangenehmen Markenrechte-Streit mit dem Konkurrenten Puma. Diese Themen haben sich in den vergangenen Monaten negativ auf den Kurs der Nike-Aktie ausgewirkt. Im Hinblick auf die Unternehmenskennzahlen weist Nike zum einen eine hohe Eigenkapitalrendite und branchenintern den höchsten Gewinn pro Aktie auf. Andererseits sind KGV und KBV bei Nike auf einem ziemlich hohen Niveau, was wiederum nicht gerade für einen Kauf spricht, sondern eher für eine überbewertete Aktie. Trotzdem sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die meisten Analysten aktuell ein Buy oder zumindest ein Hold für die Nike-Aktie ausgegeben haben mit entsprechend optimistischen Kurszielen. Kommen wir zur Adidas-Aktie. Deren Kurs hat von den Querelen bei Nike sichtlich profitiert. In den vergangenen zwölf Monaten sehen wir hier eine ordentliche Rendite. Auch bei Adidas liegen KGV und KBV aktuell nicht in dem Bereich, wo man jetzt klassischerweise von einer günstig bewerteten Aktie sprechen würde. Aber auch hier zeigt sich das überraschende Bild. Die Analysten-Ratings sind fast durchweg positiv. Bis auf zwei Ausnahmen raten alle zum Halten oder zum Kauf der Aktie. So, jetzt haben wir uns zwei Club-Aktien und zwei Sport-Aktien angeschaut. Soweit, so gut. Aber ein Bereich, den man keineswegs vernachlässigen sollte, ist der hier. Die Gaming-Industrie, die ist aus dem Fußballgeschäft nicht mehr wegzudenken. Viele Vereine haben tatsächlich sogar mittlerweile eigene E-Sports-Abteilungen. Bevor ich dir hier jetzt unseren Extra-Tipp zeige, möchte ich dich noch um einen Gefallen bitten. Like dieses Video, wenn es dir gefällt und abonniere unseren Kanal. Damit hilfst du einerseits uns zu wachsen und andererseits dir selbst, um deine Finanzen mithilfe unserer Videos noch besser im Griff zu haben. Kleiner Tipp, Glocke aktivieren, dann verpasst du kein Video mehr von uns. Kommen wir jetzt zu unserem Extra-Tipp und zwar die Aktie von Electronic Arts. Das ist der Konzern, der unter der Name EA Sports die berühmte FIFA-Spielereihe verkauft, die sicherlich auch der eine oder andere von euch daheim im Regal hat. Der Vorteil von Electronic Arts ist, dass der Konzern unter der eben erwähnten Marke EA Sports eine Marktführerposition in der Sport-Gaming-Branche besitzt. Zudem nimmt er in Sachen technologische Entwicklung sowie soziale Verantwortung eine Vorreiterrolle ein. Wir dürfen zudem nicht außer Acht lassen, dass, ich habe es eben schon erwähnt, der Gaming- und E-Sports-Trend weiterhin sehr groß ist und sich nach Ansicht vieler Branchenkenner in den kommenden Jahren noch verstärken dürfte. Womit wir auch schon fast am Ende sind. Verrate du uns doch mal, in welche Fußball- oder Sportaktien du so investiert bist oder welche Pläne du da hast. Schreib es in die Kommentare und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, dein Felix von Finanzenert Ratgeber.